Er muss geteilt die Kniebeuge... Du musst mich verarschen Alter! Wir sind mal wieder in B2 unterwegs. Er muss ne Kniebeuge machen. Was ist das für ne Aussage? Die Kniebeuge ist am Start. Ich bin am Vierer-Pack unterwegs. Oh nein, Luke, warum? Mit Reto? Ach, Senron. Sag's dir irgendwie so, als wäre ich schlecht gefahren. Ich sag jetzt nichts mehr. Hä? Keiner ist unten. Ich wurde geneigt. Mitte. Oh Gott. Verstehst du jetzt, warum ich gesagt hab aus Senron? Verstehst du's jetzt, ja? Ich war so schnell, dass ich schon am Gegner vorbeigelaufen bin. Ja. Wird doch auch gleich wieder gemessert, Mann. Wenn Reto einmal eingemessert hat, ist er im Flow. Ich hab doch jetzt schon wieder keinen Druck mehr. Ich find's gut, dass Reto im Flow ist, wenn er bei mir im Team ist. Schieß dich grad auf den falschen. Nein. Hä? Du hast mich jetzt auf fünfmal getroffen. What the fuck? Auf was hast du denn da geschossen? Ich auf nichts. Hä? Ey Leute, ihr seid ja wirklich ein Team 1. Da hat doch aber was geschossen. Wirst du mich verarschen? Team Bewertung 1. Du hast mich getroffen. Hä? 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 Leute, sag mal. Der war auf der Drott einfach. Was the fuck? Seid ihr lost? Seid ihr lost oder so, Alter? Ja anscheinend. Oben. Ganz kleine Info. Luke hat auf mich geschossen. Oben. Wo? Ja da. Wo? Er war schon so auszuholen. Ja. Ich hab ihn zu spät gesehen. Hey. Boah schon so auszuholen. Lustige Waffe von der Reto. Hey. Reto läuft an mir vorbei. Ich schieße hinter ihm her und Luke schießt auf mich. Und ihr beide kommt irgendwie in eine Diskussion, die ich nicht verstehe. Ich dachte sowas nicht. Hab ich jetzt auf den richtigen geschossen? Der Einte war irgendwie A-Spot, aber ich hab Retos Namen ganz hinten im Gamm gesehen und dann dachte ich mir so. Ja das war ich. Du hast auf mich geschossen. Du hast auf mich geschossen. Ja eben. What the fuck Reto? Ach. Ich hab den Gang hinter mir jetzt. Du hast mich getroffen. Kann ich ja nichts dafür, wenn du zwei Matratzen weiter hinten stehst. Ich weiß doch nicht, dass du auf den Gieter geschossen hast. Ich hab kein Gieter gesehen. Ich hab kein Gieter gesehen. Ich hab kein Gieter gesehen. San Ron spielt sein Spiel. Die anderen beiden diskutieren noch. Was? Ja der ist unten. Da unten. Was ist da denn? Du musst schon die Bombe defusen, ne? Du solltest dich nicht drehen. Ah. Ich bin so geil wie du am Ende nochmal so zweimal auf die Bombe tippst so. Tipptipp. Top top. Fast. Steppen. Waffe wechseln. Ich hab jetzt die Idee. Das Ding ist, ich hab mit Glück diese Map trainiert, weißt du. Und jetzt ist er in meinem Gegnerteam. In Ruhe, Alter. Und er ist gut. Zendro macht wieder nur blauer Raum vor Gabelstern. Ich wurde geflasht und er ist geflasht. Ich bin so richtig. Oh mein Gott. Ich bin diese Kiste nicht hochgekommen, ey. Alter. Ich bin diese Kiste nicht hochgekommen, ey. Guck mal wie ich da am springen bin. Alter. Oh, schön. Oh, schön. Ey, Mann. Ich bin, ich kam da nicht hoch wie so'n Affe, Alter. Ich bin voll fett. Eto, meinst du, ist überflüssig? Alter. Melve. Ey, was gammelst du noch Richtung Spawn? Ich muss die Bombe holen. Halt Schnauzen. Sorry. Oh mein Gott, ich mach aber nur down. Ich hab mal ein bisschen Lensämmer gespielt. Ich werd verarscht. Ich werd doch schon wieder gleich gemessert, Mann. Blauer Raum? Nein. Gabelstapler. Ja, gegen Reto. Ich werd gleich wieder gemessert. Ja, das ist irgendwie auch nicht so. Ich mach das hier, so. Denkst du das, was ich denke? Nein. Genau. Okay. Du kannst mir ja sagen, was du denkst, damit ich weiß, was du denkst, damit ich... Blende ein Verräter. Blende ein Verräter. Ich weiß nicht, ob das so easy ist. Ah, doch, doch. Okay. Er verwirrt dich nur. Nein, tut er nicht. Pass auf. Piep piep piep. Bei A. Ach du Scheiße, Digga. Hammer. Auch noch der Falsch. Ah, nur ne Lüge. Dann auch noch der Falsch. War das jetzt echt ne Lüge? Ey, ihr wollt mich topf. Ey, Mann. Ach, verwirrt. Na, viel. Ja. Ja, ja, maximale Verwirrung bei Reto. Das schießt halt echt. Was? Als ob er mich predictet hat. Jetzt hier, pass auf, pass auf, mein doppelter Klatscher auf die Bombe. Pass auf, hier. Doppelter Klatscher? Ja, okay. Als ob er mich predictet hat. Hast du gut gemacht, Bombe. Ja, natürlich. Guck mal, guck mal, wie ich gezielt, guck mal, wie ich gezielt hingelaufen bin. Ah, okay. Das waren so zwei Headpads auf die Bombe. Ja. Das waren die Glücksschläge. Ah, ja. Wo denn? Fuck me. Ey, ich, ich, ich. Ich. Ich, äh. So, nicht, mein Freund. Schmutz. Gleich links, ja. Nein! Ende des Ganges auf dem Plateau. Guck mal. Ich glaub, du hast sie gesehen. Alter Reto. Reto, Digga, was ist los? Wohin kommst du, Reto? Ey, ich schwör's nicht, ich bin noch ein Feier. Ey, 10-10-Rand, du hast den besten Teammate der Welt gekriegt. Ich bin noch ein Feier gerade. Hättest du gehört? Ja. Ja. Ja, Digga, ich bin da lang gerannt wie ein Elefant im Porzellanladen. Perfante Porzellanladen? Ja. Machst du auch etwas, oder? Ja, ich bin Elefant. Achso. Ich bin Gabelstoppe. Achso, okay. Nein, nein, nein. Reto läuft außen rum. Ne. Doch, doch. Hast du gesehen, ne? Ja, ja. Okay. Die Couch. Die Couch. Die ist es. Mach doch mal den Fernseher an. Ach, der ist gar nicht vorhanden. Der ist. Der doch. Ja, ja. Habe ich auch. Okay doch. Joll. Da würde ich gerne mal ein Replay sehen. Willst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. You really don't wanna fuck with me. Hi. Dann steh ich auch noch da so, hi. Hello. It's me. Wieder einer rüber. Maaann. Oh Mann, das geht doch jetzt wieder in die Hose. Oh. Gibt's bei sich im Spawn. Ja, jetzt hier, wer wartet, ha? Wer wartet, ha? Nicht ich. Ich hab noch nie gewartet. Ja, aber dein Team, ey. Das reicht. Nein! Woher kommt denn der jetzt wieder? Aus deinem Arsch. Wow, Alter. Dum, dum. Dum, dum. Stefan, wir hatten eine Kult-Suppe zu sehen. Ich hab die Bombe gehabt. Aber so ein Headshot Ding weg. Das wär aber, das wär der Turn-On des Jahres gewesen. Wir haben eine Bombe. Wir kommen sie tatreich. Das ist richtig sneaky gewesen. Pff. Echt? Ich versuch irgendwie grad zu... Ey, ich bin so lost. Ich bin so lost. Oh nein, nein, nein. Oben? A? Ja, ja. Ja. Was? Alter, meiner packt eine halbe Stunde lang die Waffe aus. Ja, ich schreit. Was soll das? Ich dachte, soll's auf die jetzt nicht totbissen. Ja, was soll man bei der Waffe wechseln? Guck mal, dann wechselt er noch die Waffe und schießt. Ja, und ich hatte halt nach dem Schuss, ich hab insten die Waffe gewechselt. Bis ich tot war, hatte ich die Waffe noch nicht ausgepackt. Enemy UAV, fight. Nein, außen. Glück. Warum? Weil ich kann. Was hast du getan? Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, Luke war zuletzt außen. Und das jetzt Reto? Du Untermensch. Ich hab probiert, Turn-On zu gehen, aber es hat nicht mehr. Bitte, was? Das sah aus wie eine deutsche Missgeburt, die gerade auf dem Arsch gekochen kann. Good job, Team. Get ready for the next kill. Ja, er hat mich angeschossen und ich hab mich in der Luftinstinkt getreten und hab auch auf ihn geschossen. Aber er hat nicht mal getroffen. Hast du den Schuss gehört? Nö. Sade, ich schon. Was ich mach jetzt noch, ich mach jetzt was richtig Geiles. Oh, ich hab das Shooting gehört, wenn du auch abgedrückt hast. Ich mach jetzt was richtig Geiles. So. Oh, ja. Denron-Plateau. Mann. Und Reto geht B. Ich mach jetzt mal wieder so. So. Ah, der Bocker. Actually, richtig noch gebetet. Ich bin echt. Ganz in. Platon. Aha. Flash. Ne, er ist vielleicht selbst außen gegangen. Irgendwie im Seitengang. Let's go. Let's go. Reto messert einfach alle. Let's go. Nice. Super safe. Das sind einfach die Balls von Reto. Ich war einfach, er sieht ihn. Ja, egal. Ich muss den jetzt messern. Eh, wieder A. Es ist irgendwie die ganze Zeit nur A. Seitlicher Gang. Seitlicher Gang. Okay. Was, campst du immer noch da? Ja, what the fuck? Ich kenn dich doch. Ich wollt grad wirklich weglaufen. Ich dacht so, ne, Alter. Jetzt kommt ihr mir safe irgendwie entgegen. Scheiße. Der ist oben. Ah, da hinten. Das Gute ist, ich hab die Bombe. Das tiefe Einatmen. Ich hab dich ja gesehen da oben. Guck mal. Bam. Ey, Mann. Nife ist aber geil, ey. Ja, ich bin komisch, weil der Einzelseer heute noch nicht geneifet hat. Einer Mitte. Hey, ich war schon Teppel. Oh, nein. Ich war auch nicht schnell Teppel und ich sterb noch. Nein, ja. Wie kann das sein? Meine Samtex war zu kurz, sonst wärst du gestorben. Sie ist auf dem Mülleimer, der explodiert. Der Hund vielleicht. Das bin ich. Das bin ich. Seht ihr leichter nicht. Du hast aber schon heute deine Brille an mir zu, oder? Ich? Ja. Ein Tisch bei dir, Brille. Achso. Der ist schon unten. Zenron, ich dachte, du wärst noch da. Er ist doch schon dran und weg. Wann war ich da? Du warst neben mir. Ich schwör auf alles. Wann war ich da? Ich schwör auf alles was. Ja, ist gut. Der habe ich den nicht für nichts eingesetzt. Ist auch gut. Das ist useless. Pff. Du denkst dran, dass die Bombe noch down ist, oder? Der denkt doch nicht. Oh, Digga. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Das kriert, mein Freund. Ich hab gedrückt. Aber es macht nix. Ich bin auf weit weg, mein Freund. Boah, hast du den Sprung schon gesehen? Ich war neben hier. Er hat sofort lösen gespielt. Natürlich hat er sofort lösen gespielt. Ja. Natürlich. Ich schwirn. Ähm. Ja. Weiß ich nicht. Hä? Lol, lol. Wo bin ich da hin? Ey, da ist schon einer bei dir. Dreh los, bei dir. Dreh los, bei dir. Der ist einfach durchgegangen. Ich bin auf das Cap-Package zuerst, du Affe. Ja, der... Der muss festen sterben. Absnacken. Mein Paket ist einfach 20 Meter weitergeflogen. Mein Paket ist einfach 20 Meter weitergeflogen. Ja, meins von... Da, wo du mich getötet hast, ist meins auch. Ich bin das Geilste, ne? Der sitzt bei Zehchen hinten am Spawn. Und ich bin schon auch so bei dem am Spawn, Alter. Ja, das wird wirklich so. Ich schwör's, ich dreh mich um, du Rito. Nein! Na, was? Ich hab auch gemessert. Warum zieht der meins einfach durch die Luft? Das stand da hinter mir. Und die Runde wird 10 Minuten später beendet? Alter, echt. Einfach wirklich so... Mann. Meiner zieht sie einfach einmal quer durch die Luft durch. Die Runde ging raten. Ich helfe noch 10 Sekunden weiter. Ich hab euch das Tode geneift. Darf ich heute auch noch messen? Ich bin irgendwie der Einzeste. Nö. Ah, okay. Danke. Sehr nett von euch. Hä? Jemand hat Falldamage bekommen? Morgen dann vielleicht. Rito. Wie ich Glück henne, komm. Buh. Jetzt wird Xenron auch damit ab. Okay, jetzt ist fertig. Ein zweites Arschloch geritzt. Jetzt ist fertig, Xenron. Kriegen wir nicht mal ein... W-w-w-wa? Einfach zweite Arschlütze. Jo, wahrscheinlich! Jo! Wahrscheinlich, MB2. Willkommen zu MB2, man. Life durch die Wand. Ja, oha. Kennst du das noch nicht? Ne. Nein, Reto, Reto. 13, ich hab keine Sandpacks. Ich hab die Sandpacks. Ich weiß den Plan, ich hab ne Klima, man. Scheiße. Oh. Oh. Fuck. Ich hab ich in dem Moment umgedreht. Oh, ey, ich bin so behindert. Siehst du, mein Messer trifft wenigstens. Oh, Scheiße. What? What? Dicht die Wand. I'm acquired. Ah, fuck. Ne, ich hab wirklich... Nein! Nein! Hey, Xenron vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen früher. Nein! Ich hab einfach so schnell wie möglich meine Ding geworfen. Ja, anscheinend nicht schnell genug. Na, das geht nicht schneller. Davor komm ich ja nicht. Na, das geht nicht, ja. Nee, gegen nicht. Denkst du? Denkst du dasselbe, was ich denke? Ich denke dasselbe, was du denkst, glaub ich. Aber, so wie ich die Pelle, sieht er mich schon. Also, ich glaub nicht, dass du dasselbe denkst wie ich. Also, wenn du dasselbe denken würdest wie ich, dann würdest du ja heute auch grillen. Drei, eins, zwei, eins. Dominik? Hey, Mann. Dominik? Ja. Was gibt's? Ich hab den zwar nicht parat, aber... Aber? Okay. Wolltest du dich auch bewegen? Nö. Hey, Mann. Wie hast du mich da gesehen? Ich hab ne Claymore davor gehört. Glaub ich, weil es ne Claymore war. Hä? Man hat auf jeden Fall was gehört. Jaja. Man hat auf jeden Fall was gehört. Ja, Alter, wie das Clam. Search and destroy. Ne, das hörst du nicht. Ne, ne, man hat davor irgendwas gehört. Hast du das? Ne, ne, ne. Das hat sich ja gehört wie ne Claymore. Davor hat man wirklich was gehört. Zwei, einer vor dem Raum, einer im Gabelstaplerraum drinne. Das ist ein Screed. Er geht wieder hoch. Er macht ein Screed. Er macht ein Screed. Ich seh einfach nur noch, wie er mir hatchet. Gibt mit Knife. Oh, nein. Hey, darf ich einfach auf Escape drücken und das Spiel verlassen? Ich springe auf ihn drauf. Geh instant hoch, geh die Treppe runter und let's go. Ey, ne, ganz ehrlich, darf ich das Spiel verlassen? Ey, wirklich, ich hab... Nee, 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 nee. Let's go. Reto hat mehr Messerkills als ich in meinem Leben, äh, erlebt hab. Ist halt einfach true. Als echt? Reto hat mehr Spielzeit mit seiner Hand am Messer als ich an meinem Penis. Ey, ich werd doch schon wieder beschossen, ey, ich krieg die Krise. Ey, Zendron, Hilfe, ich wurde schon gesichtet. Ach, am Auto. Mitte am Auto. Das kann doch nur wieder Lück sein. Mitte am Auto. Hey, hast du mich geneivet? Ich hab dich auch geneivet. Doch, Mann. Ey, Mann. Warum? Lück. Bitte. Okay. Hey, Xendron. Du, ich steh hinter dir. Neife, du drehst dich um und neifst mich. Hä? Mein Neife ist nach unten bei dir angekommen, oder was? Guck mal, wie er sich hindreht. Hä? Mein Schuss geht halt aus 20 Zentimeter wieder irgendwo hin. Ja, wirst du das echt, würd ich mal sagen? Ja, ne? Vielleicht sollte mit meinen 8 Kills mir gleich mal die Klappe halten. Ich weiß ganz genau, dass... Was war denn das jetzt? Ich weiß ganz genau, dass glück wieder derjenige gesagt wird, der mich killt. Da geht der rechts rum. Ganz außen. Richtung B unterwegs. Ja, okay. Da war noch einer. Das war nicht der, der Richtung B unterwegs war. Der geht hoch, glaub ich. Ey, nee, Alter. Wie der Brain. Ja? Soll ich schießen? Nee, wir messern den. Jetzt wirst du gleich sehen. Kopf, schießen, schießen, schießen. Nee, messern. Zack. Komm hier, einfach nur so. Treppen aus, rutsch und einfach Knife. Alles klar. GG hat euch ja vom Zip zum Kills irgendwie... Nee, du halt einfach dein Maul. Die richtige Premium-Runde. Mit der Live-Runde bis zum nächsten Mal. Tschüssi.